Musik 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 Aaaaaah Howdy partner und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2 Meine Damen und Herren Ja ihr habt euch alle den zweiten Teil gewünscht oder sogar mehr Der erste Teil kam überragend an Vielen Dank auch dafür aber Er hatte natürlich eine gewisse Härte Peng Peng Dem habe ich sein scheiß Bein weggesprengt Aaaaaah Ihr habt mir sehr viel Feedback da gelassen Sehr viel Kritik geäußert was ich auch gut finde Ich nehme mir sowas immer sehr zu Herzen Nehmt das doch immer mit ins Bett Und deshalb werden wir Und ihr seht es auch schon ich bin ein neuer Mensch Wir werden hier Gar keine Gewalt mehr heute anwenden Ja wir befinden uns gerade hier bei Sankt Dennis Bonjour Es ist eine Großstadt Ja innerhalb von Red Dead Redemption Nicht so ein kleines Kackdorf mit Pissnelken Sondern ihr seht schon das ist ja hier wie L.A. So und wir gehen hier einfach mal rein Und werden zeigen wie kultiviert wir sind Ich denke mir auf jeden Fall Müssen wir zum Friseur Des Weiteren brauchen wir viel feinere Klamotten und ich werde natürlich Hoffentlich viele Begegnungen und Aufgaben Und Abenteuer erleben Ja da freue ich mich schon ganz besonders drauf Hahaha Oh gepflasterte Straßen schau euch das mal an Oh wir sind falsch gefahren Scheiße Hallo Oh Oh Einen Drink hätte ich gerne Ist aber teuer Habe ich ne Bierchen Wer ist denn er jetzt Hier ist aber was los Warum erzählt ihr mir das laut jetzt rein Wer ist er hier Glatschen Oh ja Haare schneiden Schick Alter kriegt ja kaum die Er schafft es kaum die Augen aufzuhalten Was ist mit ihm los? Ich hab's immer noch drauf Oh Endlich Zivilisierte Menschen Also ich habe das Gefühl jetzt sind wir Da wo wir hin wollen So Geil Hallöchen Oh das ist ja ein toller Laden Wir haben 70 Dollar ich hoffe das reicht Katalog durchblätter 98 Dollar Uff Ah das springt ein bisschen Oh der ist schick aber Was haben wir hier Oh Okay das macht einiges aus Das nehmen wir Ich glaube ich gehe mit dem Gehrock Sehr sehr schick Ich würde sagen ich nehme diese hier Nicht sehr schön Tornado Stiefel Alter Tornado Oder so Budapester Gamaschen Toll Wirklich schick Ich bedanke mich Oh jetzt Was Heilige Scheiße Gentleman Finde ich mega geil Unattraktiv Ich war grad beim Schneider aller und beim Friseur und jetzt das erste was ich auf der Straße höre ich bin unattraktiv Aber dafür kannst du jetzt mal wirklich Komm Einmal ist keinmal Blöde Ja Mein Gott Einmal ist keinmal Die hat mich halt unattraktiv genannt Also ich weiß jetzt nicht Es hat der wilde Westen Oh ne Katze Na Na Oh Guck mal ein Hund Oh Mich lieben Tiere Sehr schön Guter Hund Schöner Border Collie Aber da geht noch ein bisschen mehr Irgendwann einiges gut zu machen Nicht wahr Kriste Oh Feiner Hund Feiner Doggo Komm Ja Noch mal nachtreten Ja bist du feiner Oh ja Süß Ah natürlich Hier nimm ein paar Groschen ne YouTube Money Ja die Leute lieben mich Oh lol Lol Alter Ja äh Gegen das Gesetz Was Hä Ich wollt Helfen Alter Ich wollt den Stellen Der Der Polizist Prügelt mich tot Komm ich hier her und Peck Ne Ich bin netter Was ist mit ihm los Alter hier Rassenkunde oder Wat Ich will dich fragen Was ist die Deskustend Revolte Vulgar Und depressenden Was in all creation Mingling Ko-mingling Nature likes Purity Wir unterhalten uns einfach mal mit Net mit dir Ich bleb ruhig Nee, danke. Arschloch. Ja, mein Gott, ey! Leute! Sehr gut. Ah. Nummer eins. Ah, da ist er noch dabei. Simon Desu. Apple Red. Wo ist Leon? Oh, er redet Leon. Leon. Machere, Junge. Oh. Masse Skopien, oder? Erstmal Flying Uwe. So. Marcel. So. Irgendwo ist er hier noch. Oder irgendwo Case Free. Da. Na. Das waren alle. Wenn's um Ratten geht, bin ich Profi. Gentlemen. Domino. Nice. Sekunden später. Schiff, wie man Punkte kriegt. Wohnt's denn hier ist gar... Gentlemen. Ey, warum krieg ich denn dafür nur... Ich leg den Stein. I'll take that. Was? So wird jetzt gewonnen, Arschloch! Hallo. Bonjour. Ja. Alles toll hier. Ich fühl mich gut in meiner neuen Rolle. Bonjour. Ja. Also, das ist aber frech. Ha. Also. Also. Das ist jetzt aber... ...nicht nett. Per... Per... Dreck. Schk. Schk. Ups. Don't move. Let's get those hands up nice and hot. Haha. Works every time. Spaß hier, Alter. Jetzt reicht's mir aber! Arschloch. Was? Jetzt werde ich noch gesucht! Alte, du. Arschloch. Jetzt reicht's mir, Alter. Ja! Kommt doch alle! Oh, wir müssen weg! Raus hier! Dreckstadt! Hier! Ich zeig euch mal was! Bam! Weg damit! Oder hier! So! Ende! Oder hier! Jetzt ist das Mist für ihn gefallen! Ah, liegt noch! Tod! Ende! Entschuldigung, aber so ist es doch! Guck mal, wie lächerlich ich jetzt aussehe heute, ey! Ich seh gar nichts mehr! Wtf? Alter, ihr heulte, Alter! Mitten im Sumpf! Moin! Ja, anscheinend, oder? Dann kann ich ja weiter! Wtf? 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 Alter, was ist denn mit ihr los? Wtf? 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 Siehste? Das war das Paradebeispiel! Ich hab mich wieder gehen lassen, im Sinne von, ich war nett! Dieses Spiel bestraft einen, wenn man nett ist. Versteht ihr das langsam? So, was geht hier? Schönes Haus. Alla, sitzt einer. Alla, ist der aber... Dickmann. Wtf? Oh, Nonsense. Well, come on in. Rest a while. And we got food on the stove. And a bottle of the good stuff, we been saving. I'll go open that house. He, ja. Er ist ja echt ein Schlanker, muss ich sagen. Hey, there he is! Come on in! Come on! Alter, er hat richtig Bock. I hope she ain't primping for hours up there. We're never eat. Ich kann mich nicht... Was jetzt? Soll ich nach ihr schauen? Ich...rechne mit allem jetzt. Ist die irgendwie ein bisschen notgeil, oder? Okay, dann geh ich wieder runter zum dicken Mann. Was ist das? Was? The food don't smell too bad neither. Oh, stop it, you! How do you like it? Mmh, it's good. Different. Mmh, mmh. That means it's so tender. You know what? This place used to be a pig farm. When we was... When we were kids... Before we lost our Ma and Pa. Horrible business. Das sind Geschwister. We still got each other, ain't that right honey pie? And we still know how to have a hog killing time. There, there, that's for you. Yeah. There. Mmh. 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 Where are my manners? Drinks! Yeah, I could definitely use a drink. Nach einem Schnappes... Siehst du hier grün und gelb, oder wat? Naja, das weiß... Also, ich muss zwar noch reiten, aber... Den einen gönne ich mir noch. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich glaube, er ist nicht mehr... Loy, ich hab nicht mal ne Wahl! Musste ja ein bisschen nachdenken, aber... Im Grunde... Hörte sich das Angebot gut an. Alter! Wuh! 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 Und ich steh im Regen. Jo, jetzt wird aufgeräumt. Das... äh... geht aber nicht! Da! So! Wo ist der Dicke? Oh, du hast ne Pistole, hä? Zack! 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 Du fette Stück! Scheiße! So, dann nehme ich mal meinen Hut wieder. Haben wir erstmal für Recht und Ordnung gesorgt hier. Du zure das Haus, um dein Geld wieder zu bekommen. Aha! Es lacht mich die ganze Zeit schon, als ich draußen stand und in der Tür das Bild gesehen hab. Mach ab da. Zack, Junge. Das ist ja geil. Yo! Wir sind wieder auf Kurs. Ja, ich hab's mal alternativ versucht, aber letztendlich war die Lehre nicht auf Feedback hören. Und ich würde sagen, zum Abschluss, um das nochmal zu unterstreichen, Könne man jetzt... Was mit ihm? Siehste? Ich hole ein Seil raus. Und auf mich wird geschossen. Er schießt auf mich! Ich hole ein Seil. Was mit ihm dort Putin kam? Ich hab's nicht so. Dertiere Ansatz.